Als CDU-Landtagsfraktion tragen wir diesen Erlass mit. Das Ansteckungsrisiko ist sehr groß. Das Besondere an diesem Virus ist, dass er sich äußerst schnell verbreitet. Das heißt, überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, ist das Ansteckungsrisiko eben besonders groß. Und deshalb empfinden wir, dass dieser Erlass, wonach Veranstaltungen mit über 1000 Personen nicht stattfinden sollen, richtig. Es handelt sich ja um Veranstaltungen, zu denen man nicht hingehen muss, sondern zu denen man freiwillig geht. Und da ist es auch gerechtfertigt, eine solche Maßnahme über die entsprechenden Gesundheitsbehörden in den Kommunen zu veranlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017